Servus Leute und willkommen zur ersten Folge von Karrieremodus FIFA 2013. Mein Name ist Nico und ihr schaut FIFA Österreich. Okay, ganz am Anfang mal, ich war mir gleich nicht sicher, welches Team ich nehmen sollte, hab mich dann aber für ein Team in der österreichischen Bundesliga natürlich entschieden und zwar für Admira Wacka, gleich zu uns spielende Einstellungen, natürlich Profi 4 Minuten und das Stadion kann natürlich nicht anders heißen als Weststadt, war mir hier dann nicht sicher, ob da noch Stadion dran gehört, aber hab das so gelassen und natürlich anwenden und beenden. Den europäischen Werfenden erstens noch hab ich ausgelassen, weil ich mir denke, dass ich jetzt mal in der ersten Saison erstmal das Team aufbauen will und ich konnte mich hier relativ lang für keinen Namen entscheiden, hab's alle wirklich versucht, hab mich dann gedacht, ob ich mich vielleicht YouTube-Man oder irgend sowas nennen sollte, bin aber dann endlich zum Schluss gekommen, meinen echten Vornamen beizubehalten und als Nachnamen hab ich dann viele Sachen ausprobieren wollen, da hab ich dann der Schlawiner versuchen wollen, da hab ich mir dann gedacht, nein, das ist eigentlich nicht ganz, hab ich dann gedacht, der vielleicht der Schaftlhuber, aber ging sich leider nicht aus, deswegen ging ich einfach mit Niko, der King, natürlich aus Österreich, Händ und Schleppsee, Marineblau, das ist, was wir sehen wollen und der King ist bereit, die Admire im Sturm zu nehmen, was sollte es anders sein und der King will sich auch natürlich auf internationale Bühne beweisen, wird aber in der ersten Saison noch nicht spielen, also gehen wir mal in die Mannschaftseinstellungen. Hab mir erstmal eine Karte angeschaut und war natürlich schockiert über die Teuterleistungen und hab mir hier erstmal die ganzen Bewertungen angeschaut, natürlich der Star momentan des Teams, Marcel Sabitzer, das Jungtalent aus Österreich, 18 Jahre jung, wenn ich mich nicht täusche oder vielleicht schon 19, ich bin mir grad nicht ganz sicher, Peter Jeschik wird in dieser Saison vermutlich die Karriere beenden und natürlich Stefan Schwab und Uwe Traogo, schau ich mir die Bank ans, Emil Soleimani, 4 Sterne, Skills, bist du der Partei, legst dir nieder, habe ich mir angeschaut und ich gebe Stefan Paller direkt als Linksverteidiger rein, weil ich ihn persönlich Weber vorziehe und hab mir dann noch angeschaut, hier Daniel Toff, hab ich mir gedacht, ob ich ihn vielleicht auf die Bank setzen soll vorerst mal, aber dann habe ich es erstmal gelassen und jetzt schauen wir mal direkt zu den Transfers. Ich wollte unbedingt einen neuen Teuter verpflichten und hab dann geschaut, in der österreichischen Bundesliga, weil ich will nicht sofort einen Ausländer reinbringen, habe ich mir mal angeschaut, was es alles gibt, natürlich muss ich ein bisschen auf das Budget achten, hab mir überlegt, vielleicht Jan-Other von Rapid, aber der ist schon 28 und ich wollte ein bisschen jünger sein und da habe ich Christian Dobnik gesehen von WRC, talentierter Keeper, hab mir ihn echt angeschaut, unglaublich, was der momentan in der Liga leistet, einer der besten Teuter in der Liga, habe ihn auf die Liste gesetzt, damit ich mal weiterschauen kann. Da habe ich geschaut, ob es in der Transferliste welche gibt, aber nein, gab es nicht. Dann lese ich hier meine E-Mails, Liga-Ziel und nationales Ziel, gab es alles nicht zu erreichen und ich habe mir gedacht, ja, ich brauche ein bisschen mehr Geld, habe deswegen um meine Aufstockung um eine Million erbittet. Das war dann natürlich ein bisschen zu viel für meine lieben Freunde aus dem Vorstand, obwohl ich ihnen versprochen habe, dass ich mich für Co-Europa qualifizieren sollte und das Finale im Cup erreichen werde. Doch, wie wir sehen in der weiteren Simulation, hat das dann nicht ganz so funktioniert mit unseren lieben Herren vom Vorstand, weil wir noch nicht lang genug dabei sind. Und dann habe ich gleich geschaut, welche Spiele wir vielleicht verkaufen oder verleihen sollen. Ich habe mich hier angeschaut, Pearl Hoover, nein, eher nicht. Vielleicht bin ich schicker, bei dem ist mir nicht ganz sicher, weil der ist ein sehr schneller Mann. Habe ihn mal aufs Prozess gesetzt, schauen, was die Leute für ihn bieten, weil er schon etwas älter ist. Und dann habe ich geschaut, die jungen Spieler, manche Leute hier, Manuel Kutin, der Tormann. Ich kann in dieser Saison nichts mit ihm anfangen, habe mir gedacht, ich setze ihn mal auf die Leihliste für eine Saison. Gleiches gilt auch für Maximilian Sachs, den ich auch auf die Leihliste setze, weil ich momentan mit seinen 52 Gesamt nicht viel mit ihm anfangen kann. Sehe mir natürlich auch den Rest des Teams noch an, finde aber hier dann nichts. Und es geht auch gleich in die erste Partie der Vorbereitung gegen die Hearts aus Schottland, wenn ich mir das jetzt nicht einbilde. Und ich habe mich dazu entschieden, das Spiel nicht zu spielen, sondern es nur zu simulieren. Wir spielen mit Schwab und Uwe Traugo vorne und Sabitzer am rechten Flügel und nicht ganz vorne im Sturm. Und naja, die Innenverteidigung bilden Windpichler und Drescher, das wird sich vielleicht noch ändern. Und wie ihr seht, spielen wir 1 zu 1 durch ein Tor von Plasnegger. Unglücklich direkt, gleich den Ausgleich kassiert, aber was soll man machen? Und Mensch, es ist ja die Jagd, wie ihr seht, Pepe, sehr interessant hier, alles hier. Auch wenn es einem in Wirklichkeit am Anus vorbeigeht. Nächste Partie der Vorbereitung, das geht ja ratzfatz hier. Coventry City aus, wenn ganz so viel ich weiß. Gleich simuliert und 3 zu 1 für Coventry. Das war jetzt nicht so toll. Stefan Schwab schießt uns das Tor, aber das ging jetzt nicht ganz so rund hier. Dann habe ich mich für entschieden, ich brauche ein paar neue Offensivkräfte in der österreichischen Bundesliga. Ein paar Talente, Junge, unter 21. Schau, Wallen und Berischer, alles viel zu teuer, 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 viel zu teuer. Aha! Finde ich ja Thorsten Räucher, talentierter Spieler von Mattersburg. Kontaktieren wir doch gleich für einen Kauf und oben mein Geschäftsführer sagt, ich kann weniger verlangen, also tue ich das auch. Dann schaue ich hier weiter. Louis Schaub von Rapid, sehr talentiert und Sohn von einem berühmten Admirerspieler. Deswegen schicken wir ihm gleich ein Angebot für eine Leie und sie wollten ihn uns nicht verkaufen, weil er gerade diese Saison in den Verein geweihtreten hat. Dann Sirdan Speedy, Spiridonovic von der Austria, war ein Rapid-Amateur nicht angenommen und deswegen zur Austria geschickt. Dort wird er aber auch nicht spielen lassen und deswegen versuchen wir es gleich. Dann machen wir gleich den Antrag für Christian Dobnik noch dazu, weil wir jetzt ungefähr errechnet haben, wie viel Geld wir haben. Und dann geht es weiter in der Simulation. Und morgen Klörg schickt uns ein E-Mail, keine Ahnung wer das ist, aber er sagt, dass wir ein Nationalteam-Trainer-Posten bekommen können. Erstes Spiel gegen Dijon, französisches Team. Es geht gleich los, wir müssen noch aufwärmen und jetzt geht es los hier mit dem ersten Spiel in der Vorbereitung in dem Manager-Modus von Admirer. Hier sehen wir die Talente, den Fresse zu schützen und ich habe mich dazu entschieden. Und dieses Spiel Spiridonovic noch nicht stattdessen zu lassen, ihn nur auf der Bank spielen zu lassen. Und es geht los in der Weststadt, natürlich, wo auch denn sonst. Erstes, hier sehen wir die Sachen, die Spieler laufen ein. Unten Martin Seder, Andy and Alan Smith sind es natürlich nicht die Kommentatorer, sondern ich bin es, euer Nico und ihr könnt es euch verladen. Und das ist der Ankick zum ersten Spiel der Bundesliga. Oder auch nicht. So, erste Chance gleich. Lafate hier auf den Ball spielt rein zu Cardoso. Der mit einem Ohrspall und mein Leiter ist nicht so top in Form. Keeper kann ihn nicht halten. Ich lasse hier momentan den Herrn Leitner spielen, weil er Talent gezeigt hat. Und ich habe mir gedacht, diesen einen Punkt gesamt macht es auch nicht aus, weil Christian Dobnik hat noch nichts zu unserem Vertrag gesagt, deswegen haben wir das mal gelassen. Dann hier, Pass auf Mewungo. Mewungo, der defensive Mittelfeldspieler, macht sich Platz am Flügel. Geht am Flügel. Sieht in der Mitte Uhr Traugo. Flankt ihn rein. Ist ein guter Traugo mit dem Kopfball, doch kommt leider nichts drauf an. Dann geht es weiter hier. Malou da. Ja, ich bin mir nicht wirklich, ob das Flo Romelu da ist, aber es geht weiter. Hier, Trasher deckt ihn ab und kann den Ball gerade noch hoch machen. Aus dem entstehenden Eckball. Hier, Sankare am Ball. Flankt ihn rein. Kann nichts passieren. Remy am Ball zieht den Platz. Wird abgeblockt. Ein unglückliches Tor hier. Remy mit dem abgefälschten Schuss zum 2 zu 0 für Dijon. Elend natürlich für Dijadmira-Spieler. Doch dann geht es gleich weiter. Lafate ist durch. Schlimm, wie ich hier da gespielt habe. Die Schuhe hat mich wirklich analysiert. Und hier ging es dann weiter. Drescher am Flügel. Zeigt ein bisschen, was von seinem Tempo macht. Ein paar Tricks. Stefan Schwab, jetzt sein Ball. Wird vom Ball getrennt. Doch der Ball kommt glücklich. Wieder zu Schachner. Der Spielchen drauf zu Schwab. Der mit einem Schuss wird abgeblockt. Urtraugo am Kopfball. Doch der ist kein Problem für den Tormann. Der lässt sich natürlich hier auch Zeit. Schießt ihn aus. Und das ist der Halbzeitstand. Admir Ravaka gegen Dijon. 0 zu 2. Dann geht es gleich in die zweite Hälfte. Erste Situation. Ja, das fand ich sehr merkwürdig. Der Schießweg, der pfeift das Foul. Doch meine Spieler spielen weiter. Doch ich konnte da leider nichts davon machen. Dann hier Bamba am Flügel. Zieht in der Mitte den Mann. Passt ihn rein. Sanake schießt. Doch der Ball geht am Tor vorbei. Dann hier Urtraugo am Flügel. Eine Körperfinder. Geht am Flügel. Geht am Flügel. Zieht in die Mitte. Zieht in der Mitte den Mitgelaufenen. Doch schießt allein drauf. Doch der Tormann kann den parieren. Von dem resultierenden Körmann. Suleimani am Eckball. Flankt ihn rein. Pöll über mit dem Kopfball. Und der Tormann rentet in letzter Sekunde. Und damit ist das Spiel leider auch schon vorbei. Endstand in der Partie. Admir Ravaka gegen Dijon. 0 zu 2 für Dijon. Natürlich etwas schade für unsere Jungs. Doch hier geht es gleich weiter mit Thorsten Röcher. Martersburg will nicht annehmen. Deswegen muss ich mein Angebot ein bisschen aufstocken. Auf 269. 1000 Euro. Und Louis Schaub nimmt an. Und das ist die erste Verpflichtung für das neue Jahr. Und Zyrton Spiritonovic. Die Austria nimmt das Angebot an. Und deswegen schicke ich ihm einfach mal ein Angebot. Und natürlich wäre er ein wichtiger Spieler. Denn Jeschik wird nicht mehr so oft eingesetzt werden. Voraussichtlich. Denn er ist schon etwas älter. Und somit haben wir erst einmal den... Haben wir mit dem Herrn Spiritonovic mal ein Angebot gemacht. Und Christian Dognig nimmt auch an. Er hat zwar einen Vertrag. Ich gebe ihm ein bisschen weniger als der Gehaltsführer sagt. Aber dafür gebe ich ihm auch eine ohne Gegentorprämie. Die sollte ihn überzeugen. Denn das ist es. So. Ich hoffe es hat euch gefallen. Die nächste Folge wird bald draußen sein. Und... Seas. Grießt euch Gott. Und habt einen schönen Tag.